Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt Hallo Leute Hallo Hallo Es ist wieder ein Minecraft-Together Ja ich ruf Ja Oh scheiße Also Ja, effig fehl Ja, ein neues Projekt und zwar Minecraft Mal wieder I got the moves like Minecraft I got the moves like Minecraft I got the moves like Minecraft I got the moves like BAM Aua Aua Okay, ja, äh Wir starten hier im Dschungel Und direkt am Anfang muss ich mal sagen, so Das ist ein Vanillaserver Also sind hier noch keine Plugins und alles drauf Aber soweit Sobald Bucket, äh, geupdatet Aua Geupdatet ist, äh, installiere ich das Und hier ist Oh, ich hab direkt eine Höhle gefunden Ja, das hatte ich schon länger gesehen Naja, also Hast du da Ah, ich kann lieb leben, ich muss was essen Shit Ja, bitte Was ich fressen Ich fress gerade, rohes Fleisch Mh, nom nom Mh, lecker roh Mh, lecker roh Mh, lecker roh, ja, ja Crafting Table Aber wir bauen zusammen Haus Und alles, oder? Ja, sicher Meinst du besser? Ah, ja, ja Genau Du hast so viel Crossfire gezockt, so Aber keine Scheiße, ey Zu viel gibt's nicht, ey Zu wenig, alter 24-7 reicht gerade so Na, ich zog 26,18 Und das heißt was? 26 Stunden pro Tag Und 8 Tage in der Wasser So, ich bin kurz weg So Genau, steht er da im Wasser Steht er da im Wasser rum Im Watter Jo, da bäuch ich mal noch ein bisschen Holz ab Erstmal So Jetzt hier Bam Oh nein, fail So, warte Genau Du kommst wieder und sagst Oh, warte Steht er wieder afkar rum Ach, ja Ach, ja So, also, dann Ich hol mir grad bisschen Clay Auch wenn ich damit noch nichts machen kann Ja, äh Ich will das einfach so Das muss ich akzeptieren Er will auch seine Bedürfnisse erfüllen Ja 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 Und dein wichtigstes Bedürfnis ist Clay zu haben Ja, und bei MB3 dann Claymore Ja, genau Alles mit Clay, Claymore und Clay Und irgendwas noch Ansgar Du sollst nicht im Let's Play dabei sein Ansmore Oder ans Clay Oder ans Clay Claygar Klainsgar Ah, du bist so durch Pisser Gar nicht Was dagegen? Gar nicht Was dagegen? Wir sind durch Oder durch, ich weiß es nicht Durch Let's Play Durch Let's Play Ja Durch LP Drogen LP Scheiße DLP DLP Ich hab Kohle Oh, ich hab schon Kohle Oh, Kohle Hast du überhaupt ne Spitzhacke? Ja Fick dich Ich will die auch Mensch Kauf dir eine Ebay Ebay Ebay.shop Nett Ja Jetzt bald ich Ich will Kohle haben Jetzt mal schneller So Brauch ich eben Drei Steine Ab Komm mal mit hier Boah, ich hab noch Übergehe Wir sind das Erd Ok, das zweite Mal auf dem Server Aber Ja Ja Ey Digga Komm mal mit hierhin Halt die Presse Fanboy Ich bin doch nicht dein Fanboy Ich bin doch nicht dein Fanboy Entschuldigung Nein Du bist halt mein Fangirl Entschuldigung Das ist schon er Das ist schon er Oh, Buggy Hier ist ein Hund Deine Lieblingsfreunde Den blieb ich Scheller, Alter Ich höre ein Zombie Öööh Ich geh Clay bauen Clay, 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 Clay Ich geh auch mal hier rüber Gegenüber von sogar ein ich baue Klee ab er wird wohl und auch hier kräftigen Teebel ach komm ich bin jetzt erst mal verschleißen Prozent das weißen so so gut ich weiß auch nicht ich gebe den Tipp wenn du gerade nicht sprichst dann macht ein Finger von es ist ja hier unter da kommt zur Leisung Amtgarten wohl der muss die aber nicht als Erwalt werden wollen abgab ist mein Fanboy abgab ist mein Fanboy abgab ist mein Fanboy Leute ihr könnt jetzt in dem Part wegklicken er wird jetzt singen einfach nicht Alter wer war sein wenn die Rockets came to life BAM 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 ich habe die O-Way BAM BAM in zwei Jahren das wird dunkel komm mal hier rüber ja sag mir wo du bist gegenüber vom Dschungel was bist du gegenüber vom Dschungel muss kurz weg ja genau bestimmt nur wegen weil es Nacht ist nein du bist nicht haha bahr zwei creeper iiii weg geweckt geht zurück in ein loch hier jetzt kommen wieder nie warte ich schlafe ich schlafe in und dann die Mappel aber wenn du hast hast du nein Prozent zum Beispiel wenn man auch nicht warte ich muss eben so einen Raum aus wegen weiss kann er hat sogar schon fackeln nein er ist ich bin Tännen Joachim werde ich nicht okay schlafen okay ich komme natürlich hoffen und die Sonne strahlt dann hoff mal weiter und meine Maus wieder ausgegangen dann haut drauf und geht's Prozent man so eine Scheiße und wenn das war doch gestern noch nicht nein das für die Tüte die die ja was ist es machen so ich komme nicht mit Neustart Sachen, was ich sonst machen kann und draufhauen bis es wieder funktioniert ach ja das Texture Pack ist von Honeyball aber nicht von ihr sondern von jemandem gefixt weil das für die 1.2 noch nicht raus ist ja und der Typ hat die Öfen gefixt und noch irgendwas Holz glaube ich hier geh rein ja genau beeil dich ähm so da packe ich das mal in den Ofen damit ich schon mal so so hab okay jetzt sind wir alleine und da kann ich schon mal was kann ich denn schon mal noch ein bisschen ja genau noch ein bisschen Holzfarm ach jetzt hab ich Sticks nicht gemacht so die Sachen sind für ihn ähm das Bett kann auch da hin so und dann kriege ich wieder Holzfarm und äh hoffen dass ich irgendwie ein Tier mit was Fleisch Dropped finde da Klischi schaffen wir eben auch noch so denn er braucht ja auch schließlich ein Bett ja dann ich dann dann ich die